Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Minecraft live in der Woods. So, wir wollten hier noch ein bisschen was ausbauen, umbauen und schöner bauen vor allem. Wie war das denn noch schnell? Wollte ich das jetzt kürzer machen oder breiter? Ich glaube breiter, ne? Profi am Werk. Ich glaube das war breiter gedacht. Ja, ja. Dann hauen wir das mal weg. So, nein, nein, nein. Ich, äh, langsam, stopp, langsam. Ich werde wieder mit Shader versuchen ein bisschen zu zocken. In der Hoffnung, dass es nicht ganz so leckt. Sollte es wieder zum Lecken beginnen, werden wir einfach wieder laden. Ich will einfach, ja, ein schönes Spiel diesmal haben. So, 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 dass auch euren Euglein hier ein Augenschmaus gewährt wird. Jawohl, genau. So, also das klatscht man da hier hin und das kommt da hin. Und hier kommt ganz normales Holz. Zack, zack, zack und zack. So, jetzt ist nämlich immer schön dicht auch. Das ist ja wunderbar. Sehr gut. Gut. So, was dann hier auch noch kommen wird, ist ein bisschen mehr Laub. Das wird sich nicht vermeiden lassen. So, dann würde ich sagen, hoppala. Na, bleib oben. Du kannst schon bauen eigentlich. Du darfst. Jo, genau so. So, so. Und hier noch einer. Das dürfte normal nicht so schlecht ausschauen. Hier vielleicht noch ein bisschen. Wow. Nicht runter schützen. Nicht runterfallen. Das wäre nicht so schön. Jo, vielleicht können wir hier noch einen machen. Vielleicht. Ausnahmsweise so. Ich glaube, das dürfte schon gehen. Ich hoffe, das schaut nicht allzu hässlich aus. Weh, 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 weh. So. Dann natürlich auch hier noch ein bisschen. Naja, okay. Ein bisschen drunter vielleicht. Das wäre jetzt etwas zu viel. So. So, nochmal. Dann auch hier. Oh, ruck. Hüpf. So. Zack, zack. Das leckt jetzt natürlich wieder etwas mehr. Na super. Weil die Welt tut laden. Und ich hoffe, es wird dann bald besser. So. Aber wie es ausschaut, sind wir momentan beim Baumhaus gar nicht mal so schlecht dran. Was das betrifft. Mit dem Leggen. Also hier scheint es mit Abstand besser zu sein. Das heißt noch lange nicht, dass ich deshalb nicht in den Tod stürzen könnte. Jawohl. 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 Ist hier noch einer? Nein. Hier ist keiner mehr gedacht gewesen. So. So. Und so. Jawohl. Und so vielleicht. Ja. Leck, leck, leck. So und so. Und hier hüpf. Na. Hoch mit dir. So. Zack. Zack. Und hier noch einer. So ja. Dass das Ganze schön versteckt ist. Boah. Langsam. Boah. Nein, nicht so weit unten. Nein. Da muss ich dann halt nachher noch ein bisschen nachbessern. Das könnte nämlich unsere Sicht mit dem Fenster hier behindern. Und das wollen wir natürlich nicht. Hooruck. So. Okay, da muss ich noch. Da brauche ich dann auch noch. So. Da brauche ich dann noch etwas Holz. So. 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 Und so. Sehr gut. Das hätten wir schon mal. Dann wäre noch nicht schlecht, ein paar Fackeln anzubringen. Vielleicht hier so. Ah, vielleicht kann ich hier noch einen drauf. Hooruck. Und vielleicht hier so. Zack. Zack. Und. Ah, hier nicht. Hier kommt noch eine Wand hin. Vielleicht ausnahmsweise mal so. Dann haben wir hier ein bisschen Licht. So. Dann haben wir hier noch. Warte. Wie wollte ich das hier machen? Ich glaube, mit so einem Ding können wir mal beginnen. Und dann wollte ich hier eigentlich Zäune machen, ne? Das war ja so gedacht. Dann wollte ich hier rundherum Zäune machen. Und hier ist so eine Säule, ne? War das denn nicht so? Und hier vielleicht... Und hier vielleicht... Das lassen wir vielleicht mal. Ich glaube, so wollte ich das machen. Die Zäune haben wir ja diesbezüglich schon mal mit. Jetzt. Eins. Wow. Zwei. Na, so wollte ich das nicht haben. So. Einmal so. Wartet. Nein. Den haben wir weg. So. Blub. So. Dann. Zack. 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 Dann hier. Einmal. Zweimal. Ja, genau. Zweimal. Nein. Äh. 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 Jetzt. Zocki, du machst komische Geräusche. Ja, Entschuldigung. Natürlich fliegt er weg. Ist ganz logisch. 30 Kilometer einfach mal weggeflogen. Was sonst? So. Und so. Das lassen wir mal kurz. So. Und so. Und zack. Ach komm. So. Jetzt. Aber. Jawohl. Äh. Na, das wollte ich grad nicht. Mh. Krummel. So. Blub. Und so. Blub. Sehr schön. Und. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und so. Nein. So. Jawohl. Und das kommt auch noch weg. So. Und hier noch. Zack. 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 Und zack. So muss das ausschauen. Und dann wollte ich einfach. Ähm. hier etwas in die Höhe. Oder hier schon aufführen. Und so ein Spitzdach machen. Aus. Laub. Und. Nur Laub. Wahrscheinlich. Jo. Müsste theoretisch passen. Da wollte ich halt noch eine große Baumkrone machen. vielleicht hier so mit diesen Holzstämmen. Vielleicht hier so mit diesen Holzstämmen hier so im Eck so verkreuzen. Verbinden vielleicht ein bisschen. dass es ausschaut. Dass es ausschaut als wenn der Stamm quasi als wenn der Ast das rüber wachsen würde. und dann quasi das Dach bildet. Und dann quasi das Dach bildet. So circa in etwa. Eins. Zwo. Drei. Da müsste noch einer hoch. So. Ich hoffe man versteht wie ich das meine. Pff. Deutze Sprache. Es wäre Sprache. So. Na. Äh. Hüpf. Ja. So schaut es glaube ich gut aus. Bitte fall nicht weg. Jawohl. Der lässt sich aufsammeln. Sehr gut. Dann dachte ich mir noch. Vielleicht aber könnte man oben trotzdem sowas machen. Schaut das Geschissen aus dann. Werden wir dann später sehen. So eine Art Stütze. Aber ich glaube das schaut doof aus. Da werden wir uns bei Gelegenheit was anderes einfallen lassen. So. Schön Blub machen. Bitte einsammeln. Ja brav. Und hier bitte noch. Mal einsammeln. So. Und ich sehe ich brauche was zu essen. Haben wir noch was mit? Ja. Ein paar Beeren. Die werden wir gleich verknuspern. In Beere. So. Ein bisschen was. Da muss ich schnell mal runter schauen. Ob wir irgendwie eine Möglichkeit haben. Noch was Essbares da. Für uns zu organisieren und aufzutreiben. Und dann muss ich schauen. Kann ich hier noch drunter. Warte. Ich werde so eine Schwarzeiche noch benutzen. So. Und eine hier. So. Das muss eine Art Treppe derweil mal haben. So eine provisorische. Und dann will ich probieren. Ob das so geht. Ja. So. Mal schauen mal anteuten anfangen. Dann soll das hier. Schaut aber auch irgendwie cool aus. Mit dem Stab hier. Aber vielleicht werde ich hier eben schon mal so ein Dingens herbauen. Statt dem hier. Dass man hier quasi so einen Zweig hat. Wir werden es erleben. So. Warte mal. Ah. Die schöne Sonne genießen. Wie toll. So. Wir gehen jetzt mal wieder runter. Habe ich noch Leitern? Natürlich habe ich Leitern. Ich habe hier viel zu viel gebaut. So. Ich glaube das passt so besser. Ich will runter bitte. Unser Schlafzimmer. Unser noch nicht entstandenes. Weil hier einfach irgendwie keine Schafe sind. Zu meinem Bedauern. Dann. So. Kann man ernten? Ja. Jawoll. Dreimal Beeren. Was haben wir denn da? Dahinten haben wir. Sehe ich. Hoppala. Eine Himbeere die fertig ist. Jawoll. Dann sehe ich noch was auf der anderen Seite. Wie schaut es bei euch da aus? Naja. Okay. Die brauchen immer noch. Äh. Um die Ecke. Richtig. Die Gurke ist fertig. Gurke 1 und Gurke 2. Boah. Ich freue mich schon wenn wir da ein schöneres Beet haben. Und die Weintrauben sind auch fertig. Wie schön. Wie schön. Der Rest braucht wie immer noch. Äh. Hm. Wir haben kein Zucker. Nein. Wir haben Salz in Hülle und Fülle. Aber keinen Zucker. Ich möchte aber diese Weintrauben mal zurücklassen. Hm. Und die Gurken nehme ich mal da hin. Ich werde einfach mal jetzt noch ein paar Beeren verknuspern. Dafür stellen wir uns mal hier hin. Wir brauchen eine Kaffeemaschine wenn es sowas gibt. Kaffeeböhnchen. Ja. Den dreht man sich auch noch weg. So. Und Fisch brauchen wir auch schon wieder. So. Was ich jetzt allerdings wegräume. Bis auf zwei. Machen wir so. Die Leitern kann ich mitnehmen. Das ist eh schon wurscht. Das machen wir so. Dann haben wir hier noch die Fackeln. Wir haben noch genügend Äxte. Das heißt einen Baum können wir noch fällen. Das geht sich aus. Dann würde ich sagen machen wir doch gleich. Machen wir doch gleich und werden eine kleine Angel- und Baumschlachtrunde machen. Fischen ist sowieso ganz ganz wichtig. Und mir gefällt das so gut mit den Ranken. Das schaut echt nicht schlecht aus. Finde ich halt. So. Eine kleine Runde Fischi Fischi. So la 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 la. Es leckt halt. Ich hoffe es wird jetzt am Meer besser. Haha. Der war gut. Der war gut. So. Auf jeden Fall hätte ich gerne Zucker. Dankeschön. Ein Stück Zucker haben wir wieder. Das ist sehr gut. Da können wir wieder Marmelade draus machen. Also. Gelee. So la 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 la. Da 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 da. Hui deka. So. Das sehen wir wieder. Sind Gegner hier? Nein. Wir haben immer noch 8 FPS. Ich bin so glücklich. Das sind immerhin mehr als 3. Nanu. Jetzt tut er. So. Achtung. Konzentrieren. Fischi 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 Fisch. Hahaha. Kommt. Komm her. Ja komm mach bei Fuß. Ich will nur 4 Fische fischen. Ja. Jawohl. Den ersten haben wir schon mal. Sind noch 3. Sind noch 3. Und dann werden wir ein Bäumchen. Äh. Mitnehmen. Ich glaube den da drüben werden wir dann gleich fällen. Und dann. Gehen wir wieder zurück. Ich werde in Zukunft nur 20 Minuten Parts machen. Ähm. Ich habe es bei Reason schon mal gesagt. Ähm. Ähm. Mir ist halt aufgefallen, dass selten Leute wirklich die ganzen 30 Minuten fertig schauen. Mir ist schon klar, dass ihr auch andere Sachen zu tun habt, als eure wertvolle Zeit hier auf YouTube. Und vor allem auf meinem Kanal zu investieren. Außerdem wird sie bestimmt andere Leute auch noch anschauen wollen. Und da dachte ich mir, mache ich jetzt einfach mal 20 Minuten Parts. Für mich ist es auch einfacher. Zum einen zum Hochladen. Zum anderen zum Bearbeiten. Und zum anderen kriege ich mehr Parts zusammen. Pro Aufnahmezeit, die ich da habe. Also in allem ist das ja nur positiv für uns alle. Und ja. Wie gesagt. Ich glaube das kann man so machen. Ich probiere es jetzt einfach mal so. Wenn ihr Wünsche, Beschwerden, Anregungen habt. Bitte könnt ihr es mir ohne weiteres in die Kommentare auf YouTube schreiben. Oder eine persönliche Nachricht schicken. Das kann man auch auf YouTube machen. Also ja. Das kriegen wir dann schon hin. Dass wir alle da zufrieden sind. So. Da da da. Der eine Fisch war übrigens fail. Pff. Wieder mal. Na komm. Ich war da zu langsam. Und ich hab schon wieder Hunger. Ein lebender Fehlfraß. Und trotzdem schlank und rank. Boah. Jawoll. Das ist Nummer 2. Da fehlen noch 2. Dann werden wir schnell die Himbeere verknuspern. Nur mal eine. Oder 2. Dann werden wir den Baum fällen. Und dann gehen wir zurück nach Hause. Und dann ist glaube ich der Part zu Ende. Außer es geht vorher die Sonne unter. Was nicht so klasse wäre. Also Fisch. Komm jetzt. Jawohl. Einer noch. Was wir auch wieder mal machen könnten wäre in den Wald zu spazieren. um zu schauen ob wir neues Gemüse kriegen. Oder vielleicht auf Umwegen über Weizen stolpern. Das wäre auch ganz super. Dann können wir endlich Brot backen. Kuchen können wir dann auch machen. Boah. Da gibt es ganz feine Sachen. Mehl können wir sogar auch machen. So. Fisch. Fisch. Komm. Es wird dunkel. Du musst noch in den Ofen. Bam. 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 Sehr schön. Und dann noch schnell ein Bäumchen schlachten. Ich hoffe es geht sich aus. Ruck. Ich habe mich für. Hoppala. Ui. Pilze. Habe ich die jetzt kaputt gemacht? Nö oder? Drei Stück. Jawohl. Warte. Den nehmen wir auch mit. Dann kann er sich wieder vermehren. Uiuiui. Jetzt wird es knapp. Jetzt werden gleich die ersten Zombies kommen. Ich muss mal schnell einen Weg raufbauen. Damit ich da oben sicher bin. So blub 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 blub. So mal hüpf hüpf hüpf. Und eins. Zwo. Drei. Das müsste reichen. Jetzt könnten wir derweil nur von Skeletten verletzt werden. Ich mache gleich Licht. Ein Momentchen bitte. So. Es gibt gleich Licht. So. Schaut mal. Das ist schon angenehmer. So. Natürlich fällt das runter. So. Na komm. Einmal hüpf mir noch rauf. So. Jetzt können wir hier schon arbeiten. Wenn wir Glück haben, spawnt hier jetzt derweil nichts. Dann können wir beruhigt nach Hause gehen. So. Aber für den Fall der Fälle. Na. Upsala. Wir wollen ja gut vorbereitet sein. So. 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 Dann würde ich sagen. Hier so. Das geht auch schon. Das ist gut. Dann werden wir mal die Schnippschnapp benutzen. Da. Da. Die brauchen nicht. Laub, 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 laub. Äh. Ich kann irgendwie nicht hüpfen. Ich wollte eigentlich hüpfen. Nein, nicht den Stamm zerstören. Ja, ranken würde ich auch mitnehmen. Oh, sage ich nicht nein. So, tap 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 tap. Und ich möchte auch vor allem mit Absicht mal wieder ein bisschen in den Wald rein. Vielleicht treffen wir auch Schafe, das wäre echt super. Auf ein paar Schäfchen, damit wir mal ein Bettchen machen können. Ein Reisebett hätte ich gerne. Und ein Bettchen für zuhause. Das wäre ganz vermust, das wäre ganz super. Das würde mich sehr, sehr freuen. Oh, geht das noch? Nö. Nobody no. Zapp, 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 zack, 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 zack. Es leckt wieder ein bisschen. Wahrscheinlich wird gerade wieder der Ozean ein bisschen generiert. Erstellt. So, tap 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 tap. Wir haben auch nur sieben, sechs FPS. Neun sind sie jetzt. Ui, ui, ui. Wahnsinn. Nicht so viel. Damit kann ich gar nicht umgehen. So, blub. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt die Fackel ist. Ich werde, wahrscheinlich geht gleich das Licht aus. Ja. Pff. Ah. So. Das war mir jetzt mal, das war mir ein Anliegen. So. wieder ein bisschen hell. Tap dada. Tap dada. Tap dada. So, dann wieder die Schnipp-Snap. Tap da ta, tap dada, tap dada. Leggi, leckgi, 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 lecki, leckgi, leck Protect Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Lecki, 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 lecki. Horuck. Na nü. Horuck. Da-da-da-da-da. Huch. Ach, ich bin verhungert. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich bin verhungert. Ich hab schon wieder nicht drauf geschaut. Ah. Dum-dum-dum-dum-dum. Mann, 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 Mann. Nee, das wird nix. Das werde ich mir in tausend Jahren nicht merken. Au. In tausend Jahren merke ich mir das nicht. Keine Chance. Oh. Horuck. Schlamm, schlamm, schlamm. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ich bin ja so doof. Ich bin ja so doof. La-da-da-da-da. Ach, wie bin ich doof. Dü-lül-dü. Ach, ich bin so doof. La-da-da-da-da-da. So, dann sammeln wir mal ein. Langsam. Ui, schwammelt. Nehmen wir auch gern mit. Schwamm, schwamm. Schwamm, schwamm, schwamm. Blub, 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 blub. Ui, ui, ui. Aha, okay. Blub, 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 blub. Da auch noch. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. So, da ist noch ein Setzling. Ach, du liebe Zeit. So. Und so. Da. So, dann bauen wir wieder hoch. Blub, 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 blub. Dann versuche ich mal zu meinem Grabstein zu kommen. Da ist er schon. Nanu. Blub. Jetzt. Ja, ja. Das ist, das ist typisch ich. Tut es euch nicht ärgern. Das bin typisch ich. So, der kommt da hin. Das kommt hier hin. Der kommt da hin. Eigentlich Fackel und so. Kommt da rein. Na mach. Dann haben wir das hier. Dann haben wir das da. Ach, fürchterlich. Es ist echt fürchterlich mit mir. Ich streite es ja gar nicht ab. So. Dann kommt das hier hin. Und das da hin. Die Schaufel kommt da hin. Na komm. Das kommt hier hin. Das kommt da hin. Unsere Fische ist voll vergessen. Wieder mal. Mann, Mann, Mann. Was, ich habe fünf? Ach, das eine war gar kein Fail. Ich dachte, das wäre ein Fail gewesen. Okay. Da bin ich jetzt aber auch nicht böse. Bin ich zufrieden. So, ich werde gleich die paar Früchtchen da verraschen. Das hört sich falsch an. Ich weiß. So. Blub. War. Nicht runterfallen. Schön oben bleiben. So. Du könntest aber hier. Zack, zack, zack. Ja, ja. Natürlich fällt sie runter. Ich wollte nur sagen, sie könnte. Au. Was war denn das jetzt bitte für eine Aktion? Ich wollte was essen eigentlich. Ich wollte mich hier eigentlich so einen kleinen Weg raufbauen, damit ich noch raufreiche, um das restliche Laub da zu holen. Jetzt wird es wieder finster. Jetzt wird es wieder finster. Achtung. So. Ah, jetzt ist das Ganze weg, weil ich schlau bin. So. Mal schauen, wie weit ich dann... Ich höre es nur zischen. So. Die Schere haben wir noch. Okay, jetzt haben wir noch mal die Hand. So. Zack und zack. Und die nächste Schere. Ein bisschen Laub brauche ich noch. Dann ist das Baumhaus, glaube ich, eh schon so gut wie fertig. Glaube ich. So. So. Zack, weg damit. Zack, weg damit. Du auch. Hier auch noch. So. Dann nochmal die Schere. Noch ein Stück da lang. So, jawohl. Da geht noch ein bisschen was. Sehr, sehr gut. Okay, das scheint es schon gewesen zu sein. Jetzt wird es immer dunkler. Es wäre gut, wieder eine Fackel zu haben. So, da haben wir zu wenig erst vom Laub. Naja, hoffentlich reicht es. Ah, es wird schon wieder Tag. Och, wie schön. Es wird wieder hell. Das ist sehr gut. Okay. Viel weiter geht es nicht. Na gut. Dann hauen wir das Holz hier noch weg. Und dann gehen wir wieder heim. So, wie schön. Schön, schön, schön. Bei der Gelegenheit könnten wir aber noch ein paar Fische fangen. Nicht mal das wie heute. Oh, ich habe überlänge gemacht. So viel zu meinen 20 Minuten. Ich habe es gewusst. Ich habe noch überhaupt kein Gespür dafür. So, dann würde ich sagen, wir beenden den Part. Fünf Minuten sind schwer drüber. Es tut mir sehr, sehr leid. Ihr Lieben, das war es dann für heute. Ich hoffe, dass es euch so recht. Wie gesagt, meldet euch, wie ihr es lieber habt. Auf jeden Fall, mir ist es nach wie vor ein Volksfest für euch, Videos machen zu dürfen. Mit euch Spiele erleben zu dürfen. Auch wenn ich nicht so ein Profi bin wie andere Let's Player. Aber ich spiele hauptsächlich, weil es mir Freude macht. Und weil ich euch eine Freude machen will. Also dann, in diesem Sinne, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.